Ich hatte 2019 im März die Diagnose Blutkrebs. Der Mensch, der mir die Stammzellen gespendet hat, hat eine Riesenbedeutung für mich. Ich bin unfassbar dankbar, dass er sich damals hat registrieren lassen. Man kann mit einer Kleinigkeit ein Menschenleben retten und das ist das Größte, was man machen kann. Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein. Registrier dich jetzt auf DKMS.de